Musik Mein Name ist Katja, Katja Valenta, und ich bin freie Rednerin mit Herz und Struktur. Mit meiner Familie lebe ich in Leonberg im schönen Schwabenländle. Hier bin ich zu Hause. Ich liebe es, einen Schritt nach dem anderen zu machen, mit Struktur. Eure Wünsche und Vorstellungen, verbunden mit meinen Inspirationen und Erfahrungen, ergeben und gestalten eine einzigartige Zeremonie. Eure Zeremonie. Ich gehe die Schritte gemeinsam mit Euch. Jedes Paar hat einen eigenen Weg und der erzählt eine Geschichte. Eure Geschichte. Und genau die möchte ich kennenlernen. Denn meine freie Trauzeremonie baut genau darauf auf. Meine freien Trauungen gestalte ich persönlich. Sie sind ehrlich und ich, als Herzensmensch, bin mittendrin. Eure freie Traurednerin. Mein Ziel ist es, für Euch Erinnerungen zu schaffen, die einzigartig und besonders sind. Erinnerungen, die Ihr niemals vergesst. Das sieht Das sieht besonders am Erinnerungen zu werden. Herr tut mir, wenn wir es über budget? Und da gibt es noch, alsg avete dich in die Leitungen. Und dasいる ist, alsgiche. Untertitelung des ZDF, 2020